Ja, also ich erwarte mir schon eine gute Rede von Sigmar Gabriel und auch von Florian Peronold, weil von dem ist man ja auch gut präsentierte politische Inhalte gewohnt, aber auch mit entsprechenden Pointen mitgeliefert gleich. Wohin geht es deiner Meinung nach mit der SPD? Nach links, definitiv. Und wird die SPD? Nach links und nach vorne. Bist du auch aktives Mitglied bei der SPD? Ja, schon, also bei den Jusos vor allem. Ich habe gerade schon gehört von deinem Kollegen, dass er demonstrieren geht. Wirst du auch noch demonstrieren bei einer anderen Veranstaltung? Ich werde sicher noch demonstrieren im Rahmen von anderen Veranstaltungen, aber jetzt nicht bei diesem Bildungsstreik. Ich finde, die ganze Sache wird falsch angegangen. Wie sollte sie denn nach deiner Meinung nach angegangen werden? Man sollte ein bisschen kompromissbereiter an die Sache rangehen und zum Beispiel die Aktionen nicht unbedingt alle während der Schulzeit laufen lassen. Weil das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Zeichen für große... Ich bin Stillman correctly.